Hallo und herzlich willkommen zurück zu Journey to the Savage Planet. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wofür ich mir die Teile eigentlich hier brauche. Oh, hier ist das andere Teil. Was ist denn, wie viele Teile meine davon? Ah! Hilfe! Explodiert doch nicht einfach so! Ach Gott. Ja, aber die Explodien hier waren nicht wirklich. Okay. Wir... Nichts. Hä? Okay, wo kriegt man denn hier was her, was explodiert? Ich weiß nicht. Hier ist der Nächste. Ah, okay. Ach, hier. Warte. Ja. Ich bin aber gerade schon an der Seite. Jetzt kannst du einfach mal Bombenkampen, die Bombenkanaten einfach aufnehmen. Dann kannst du, glaub ich, mitnehmen. Warte, ich hab mich ein bisschen was hier gefunden. Weil hier unten kann man rein, aber... Ja, aber dafür muss ich ja erstmal diese Granaten haben. Ich hab... Ich hab... Ja, ich hab... ... was ist das, ne? Ich hab... Ich hab's schon. Wie... Ich hab's auch schon, ne? Ich hab's schon... Ich hab's schon, dass das der war. Das ist doch auch sonst irgendwas, was explodieren könnte. Ich hab's nur gesehen. Das Teile fehlen mir auf die Zeige! Mann! Ja, aber die Teile verfolgen mich, denn die wollte ich nach unten gehen. Aber so gut wie ich was machen kann ich jetzt auch nehmen. Was sei denn? Ne, die explodieren auch nicht. Momentan voll? Die Inventar voll. Ah, ich hab dort mit! Ja! Ah! Ich hab doch gesagt, die kannst du jetzt mitnehmen. Ja, aber ich wusste nicht, dass ich die schon im Inventar habe. Oh nein! Oh, da komm ich nicht rein! Geil! Ah! Was? Was hast du denn angestellt? Nix. Ich hab noch nix angestellt. Ah. Aber ich hab gerade wieder so'n scheiß Auge hier. Nix. 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 Hat er mich gesehen? Okay, wir warten noch mal kurz. Hat er eben mal umgeschwenkt? Nein, 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 nein! Nein! Aiii, 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 aiii Hehehe Aii Haha, nein! Tschüss Haha Ah, nein! Du hast mich doch nicht ernsthaft Ah! Kommen wir nicht mit dir Upsi Weißt du, ich hab die Bananen auf Upsi, jetzt hab ich keine Und die Spiel Mehr Upsi Ich bin noch im Aufnehmen Gott sei bitte Papa eine Bestrafung geben Ich soll Papa eine Bestrafung geben Jaaaa Weil, ähm Wollte sogar noch auf den Boden geschmissen Nein, hier muss ich glaub ich auch keinen Wort Ich glaub, das ist einfacher Also, wir haben leider nur noch 10 Wir haben noch 10 Minuten, der Mee Wo ist das denn eigentlich? 370 Meter Ich weiß ja nicht, was du machst Ja, ich probier das Auge zu besiegen Aber das klappt nicht so wie ich mir das vorstelle Okay, er ist jetzt wieder da Aber wir müssen auch eigentlich dahin 306 das ist also immer wieder zurück Können wir auch hier irgendwie rüber? Joa, könnten wir eigentlich auch? Oder müssen wir da durch? Nein, ich bin nicht weggekommen Was ist das? Oh, das ist doch Nein, nein Ich bin so doof zum Kacken gerade. Er ist auch wieder in einem anderen Spiel. Kailin ist auch wieder in einem neuen Spiel? Ja, Dana auch. Aber warum müssen wir irgendwo... Hüber, wo wir uns hüberschwingen können? Oh Mann, könntest du... Papa, Bestrafung. Papa krieg ich keine Bestrafung. Du kommst doch nicht, dass Papa bestrafe. Papa hat wahrscheinlich genau richtig gehandelt. Nein, Papa lügt. Papa lügt? Ich dachte nicht, dass Papa lügt. Weißt du, ich hab ne Banane. Ja. Ist mir runtergefallen. Und du hast sie nicht gleich wieder aufgerufen? Ja. Und ich bin absichtlich da rübergelaufen. Absichtlich? Warum läuft man denn absichtlich wo eine... Hol die deine Beute? Ey. Ja, du hattest doch keine Beute. Ja, du hattest doch keine Beute. Da konnte man nicht drauf landen. Okay. Ich bin einmal gestorben. Achso. Mal zu oft wahrscheinlich eher. Deine Beute war das. Ach, Leiren. Huhu. Hallo. Na du. Na. So, was planen wir jetzt? Warte, ich muss erstmal meine Sachen eben zurückbringen. Oh. Oh, das darf man nicht lassen. Hm. Guckst du so wirklich Sachen nicht zurück? Können wir uns denn jetzt in die Zonen nach Hause teleportieren? Oh ja. Oh ja. Können wir. Nice. Oh. 455 Litsi. Ja, beliebte Zipi. 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 Nur ein kurzes Einschalten. Jetzt kannst du planen, Kai. Wo können wir die Sendung angucken? Nee. Du musst dann nicht senden. Aber ist so cool. Okay. Nee. Das ist eine Umstände. Spaß. Spaß mit. Äh, Ärzten. Ärzte. Panik. Okay. Rucksack. Hm. Bis hier. Bis hier. Bis hier. Ja. Vielleicht kommen wir das Dornen. Okay. Einen kurzen Kleine Schöpfer. Guck mal, ich hab dir schon drei gemacht. Ja. Zähle putzen. Schöpfer. Ich brauch drei Lufthandeln. Das heißt, wir können jetzt eine wieder zu holen. Ja. Der Landeplatz. Ich brauch eine Bucke. Das war schon für das, oder? Ja. Ja. Hier leuchtet alles. Momentan voll. Okay. Hier kommen wir jetzt. Hier. Oh, wir brauchen noch den Supersprung. den haben wir jetzt schon. Den haben wir jetzt schon. Den haben wir jetzt schon. Ja, den haben wir schon. Wo, wo du hin musst dann. Guck einfach mal nach oben. Da komm ich trotzdem so nicht drauf. Ich weiß. Da komm schon zwei Sachen dran. Okay. Ich hab keine Ahnung, was wir jetzt machen müssen. 90 Meter in die Richtung. Ja, wahrscheinlich müssen wir da oben irgendwo dran. Oh, oh. Hi, wie fast der Stand war? No? Nein. Na, auf diese Seite gibt es schon. Hallo. Hallo. Au institutional. Hallo. Hallo. Okay, da komme ich dann schon zu mich hoch. Dafür brauchen wir diesen Doppelsprung, aber den haben wir ja noch nicht. Doppelsprung haben wir und Supersprung auch. Wie geht das? Mit Alt. Mit Alt? Ja. Kommt da. Eigentlich nicht ein Wunderfjahr. Es ist wie ein Rollercoaster. Es ist weniger und viel gefährlich. Ja. Okay. Flora. Wie heißen die Teile denn? Da. Ähm. Mit Tarnitriffen reagieren wir ja auf. Greifgeräte, die deinische Achterbahn nutzen kannst. Du kannst gerne. Aber da steht nicht bald, wie ich die benutze kann. Was benutzen kann. Noch ein RZ weiß er nicht. Was glaubst du? Diese Schwingteile hier zum rüber gleiten. ich glaube das muss das müssen wir jetzt freischalten das war es mit dieser folge wir sehen uns denn in der nächsten tue